So meine lieben Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren ilustren Runde Schreien vor Angst, Angst haben vor Angst, Lalsken mit mir, Lu Netschki Ich guck mal eben kurz welcher Tag war, September der 28. Nehmen wir doch mal direkt den Tag auch wieder auf und gucken mal nach Jetzt sind wir ja im Keller da angekommen, wo äh Ja, es lädt, wo der komische verrückte Typ hier war, genau mit der Grasmaske Hier ein bisschen geradeaus waren wir auch schon weiter Ha, aber ich muss erst mal meinen lustigen Wecker-Sortierfunktionen Dingeling, ding, schlingeling, so Eingestellt haben wir es Dann gehen wir mal hier nochmal rein, ich weiß gar nicht mehr, was hier war Hier war gar nichts außer eine Spritze, genau, und so ein komischer Typ So ein Franz Ferdinand, der da auf dem Boden rumgekraxelt ist Und hier rein, genau Man hatte mir nämlich gesagt, dass hier etwas lag Ach genau, ein Magazin auf dem Boden, das ich übersehen hätte Ich bin aber auch manchmal total blind, ich weiß nicht warum Ganz ehrlich, aber bei Magazin habe ich erst an so ein Heft gedacht Ich dachte so ein Playboy-Magazin oder sowas Dass da irgendwas Wichtiges wäre, wie eine Nummer oder so drin Ich habe nicht damit gerechnet, dass ihr wirklich ein, äh Knatter Peng-Peng-Peng-Magazin meint Okay, da rein, da rein Hier ist doch bestimmt irgendwas drunter, oder? Oder auch nicht? Was könnte hier denn sein? Äh, gar nichts Warum ist denn hier gar nichts? Egal Ich habe ehrlich gesagt zu befürchten Ich habe die ganze Zeit Angst gehabt, dass dahinter irgendein Penner ist Halt nicht Boah Ein bisschen ängstlich ist mir immer schon Man hat mir gesagt, genau, dass man, äh Wenn ich die Pistole nehmen sollte Ich muss erstmal wieder die Oben rechts So Acht Magazin Und genau, wenn ich die Spritze ausrüste Dann sehe ich unten rechts auch, wie viel ich habe Sechs Stück noch Also das ist doch Ja, nicht mal so ein schlechter Wert Da lässt sich doch mit hantieren Äh, da gehe ich erstmal weiter In der Haupnung, dass hier nichts Böses auf uns lauert Aber hier sieht es wohl ganz sauber aus Hier ist aber auch nirgendwo was Hier sind total die Füllerräume Die keinen Nutzen haben, oder? Nö Kann ich denn wenigstens die Weinflaschen kaputt machen? Nö, auch nicht Verdammt Was denn hier los? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Polizei Ist das gruselig, ey Diese komischen Geräusche von links und rechts Man kann hier aber auch nirgendwo rupfen, wa Das ist so schade, sonst hätte ich mich irgendwo raufgestellt Wie bei Penumbra Und einfach immer mit dem Messer runter Okay, ich glaube, hier nehme ich dann, äh Uah Wow Franz Ferdinand Recht, recht So Und genau auf den letzten Schuss Ha So Dann wechsle ich aber mal lieber wieder Ich heb mir die lieber auf Für irgendwelche bösen Großen Diese komischen Elfriedes, oder wie die heißen Ich hab vergessen, wie die Alla Maria, genau Maria Magdalena Das Kampfsystem ist voll für den Arsch Weil man immer dieses Ausweichen Ich find das Ausweichen ist Total schlecht gelöst Vor allem wie die Aussehen, ey Voll die Wurst Heinrichs Da liegt jetzt eine Hälfte Aber vorher, im Moment Ich brauche mal was zu trinken Ich hüttle immer meinen scheiß Eistee wieder auf So, ich hoffe, der ist jetzt gut genug Gedingst Aufgeweicht Ich hab glaube ich ein bisschen zu viel reingemacht Das ist total dunkel und trüb Ich nehme immer noch Krümeltee Ich mach das in so einer Wollwegflasche rein Da passt immer am meisten rein Weil 1,5 Liter und so Rockt Auch die Bude Ach, ich lass sie noch mal ein bisschen aufweichen Ich glaub, der ist noch so krümelig Was steht denn da? Ich kann es nicht genau lesen Äh, it's too dirty to make it out It seems to be an Artikel about depression Sounds familiar? Don't delay Call 543214 543214 543214 543214 Äh, ich würd gern Achso Kann ich auch nur das Handy nennen? Kannst du dich auch mal anrufen? 5, 4, ne Ach, schade Ich dachte, man könnte mir vielleicht telefonieren Wozu hab Ach, ist da eh kein Geld drauf Ha! Ich vergaß Moment, ich weiß, dass meine Hand ganz feucht Von dem Kondenswasser Da hat sich am äußeren Door's lockt 543214 Nein, nicht Sind 432214 Today Hmm Damit hat es wohl nichts zu tun, oder? Sonst noch Nun, 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 nun Notize und jetzt sind diese komischen auf dem boden liegenden in der scheiße ist 5 4 3 2 1 4 war doch 5 4 3 2 1 4 oder 5 4 3 2 1 4 genau aber das funktioniert so nicht auch irgendeine andere kombination das ist ja doof es geht ja auch nur so im kreis was da denn los nee also nicht ich muss irgendetwas andere finden irgendeine andere nummer so komme ich nicht weiter verdammt war vielleicht hier unten ja weiße habe ich doch alles gefunden oder auch nicht hier war ich doch schon mal hier komme ich ja her vielleicht oben noch einmal hochgehen hier ist gar nichts police gar nicht billig und schlecht oder vielleicht eine andere sprache ich weiß ja nicht vielleicht kommt das spiel ja auch hier aus hindunesien oder sowas wo sowas normal ist vielleicht habe ich ja hier doch was übersehen dieser pappkarton ey habe ich irgendwie ein bisschen schiss vor hier ist wirklich gar nichts das ist doch nicht normal dass ich da oben keine bedeutung hat muss doch irgendwas sein wir können ja hier nicht wieder stundenlang rum damit ich hier wieder im defekt verkacken oder was oder habe ich irgendwas übersehen beim keypad was das denn nagelpfeile soll es ein messer darstellen kugelschreiber ich weiß nicht ich bin durch die ja genau mama 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 ich muss doch irgendwo ein hinweis sein kann ja nicht sein dass ich hier anders übersehen oder was da ich bin es ist für mich abfall wow was ist hier los wer hat nicht wundern wegen beim geschniefe ich bin teilweise teilweise ich bin Ah, erkältet. Nasale Infektion nennt sich das bei mir. Einfach mal. Nasen, ich hab den richtigen Nasenbären, ey. Bah, ey. Guck mal hier, ey. City, ey. Prislam, ey. Ungermärr, Alzheimer, Mann. Schlaget kann börja. Erhit, hajab. Irgendwas, äh, skandinavisches. Vielleicht hast du deswegen auch Police. Oh, da liegt ein... Ist das besser als das Messer? Sagt, ihr's mir, Leute. A strong satinic night sack can deliver a powerful blow when used properly, also some with, äh, cubersome. Easy to handle, but rather weak with an efficient range. Ich versuch's mal hiermit einfach. Ich werde das mal, äh, auf eins legen. Wenn ich auch nur auf die Eins lege, was kann ich mit dem Zweiten... Nee, okay, geht nicht. Dann heißt das... Ich werde's mal damit versuchen. Ist vielleicht besser als meine jetzige Waffe. Hoffe ich doch mal. Bah, ey. Wieso funktioniert das mit dem Keypad nicht? 5, 4, 3, 2, 1, 4. Hab' wir vielleicht irgendwo eine Telefonzelle. Block. Ich mach' kaputt. Block, block. Hahaha. Ich hab' auch sonst keine Notiz bekommen, oder? Hidden Notes, Marriage is in April. Genau, das Ding brauchen wir ja nicht wirklich. Ripped Magazine Artikel, Secret Notes, alles Quatsch, alles Schmuh. Ich versteh's nicht, ich komm' nicht weiter, ich bin's zu blöd für das Spiel. Vielleicht hinten lang. Wenn man hier rüber könnte. Das bringt's alles nicht wirklich. Lääää. Da muss doch irgendwo ein Sinn hinter stecken. Mh, 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 mh. Leute. Nee, das ist alles Quatsch. das bringt alles nicht wirklich kaputt geh auf lass mich durch lass mir rennen du sau verdammt ich komme nicht weiter ich habe da nur eine einzige idee und zwar werde ich kurz auch das spiel hier an der stelle position aber auch meinen 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 komischen wecker dingen dingen teil es geht auch mal alter mein handy so im arsch moment neues aus kaputt gemacht ich mache mal kurz ich komme jetzt wieder ok leute da bin ich auch wieder ich habe jetzt rausgefunden wie das ganze funktioniert ich habe das nämlich eben noch mal alles geguckt und ich habe gemerkt es gibt eine funktion für die gewisse gegenstände um mit gegenständen zu interagieren die man in der hand hat muss ich zum beispiel z drücken aber da ich auf z habe funktioniert das nicht also muss ich drücken richtig geil fünf vier drei zwei eins vier ok los geht hat ich bin weil sie bescheid es ist wenn ich hier drücke vielleicht nix ist halt nur mit dem handy das muss man aber erst mal rausfinden leute muss man aber auch erst mal rausfinden dass man auf y und drückt ist gott das was macht ich doch nicht deswegen soll ich für das ganze rumgestrammel nehmen wir das noch mal momentchen kurz etwas gesagt 5247 genau wie ich schon dachte geht das jetzt auch weiter liebe leute nicht war so anfängt dann nicht zieht dann kommen wir von links oder von rechts oder so der lampe ist das auch schon dass er wieder mary oder so mary jane 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 m Du Scheiße, ey, wo muss ich denn lang? Ich muss vielleicht doch erst mal unten bleiben. Ich gehe mal unten weiter. Oh, Mama. Ich habe Angst. Was war das gerade für ein Geräusch? Okay, da geht es nicht weiter. What? 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 Wer zur Hölle? Was zur Hölle? Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich gehe jetzt mal oben weiter. Ich gehe da nicht runter, ey. Ohne Scheiß. Dann kriege ich mir doch ins Hemd. Was ist denn das? Warum macht das so Geräusche? Du Scheiße, was ist denn das? Halt auf mit dieser komischen Musik, Leute. Das ist mir alles zu gruselig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uh, ich sterbe hier vor Spannung. Nein, nein, nein. Oh Gott, was ist denn da los, ey? Wer macht denn sowas? Du Scheiße, ey? Du Scheiße, ey? Oh fuck. Oh, hör auf so zu springen. Junge, erschrick mich nicht so. Oh Gott, oh Gott. Fuck, 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 fuck. Nein, 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 nein. Rennen. Oh fuck, fuck, Leute. Ich kacke mir ins Hemd. Die können mir doch keinen Kittensingenörder hinterher schicken. Was ist denn das? Oh, bitte, kann ich irgendwo speichern? Wunderbar. Oh nein. Warum? Warum muss es jetzt Wasser sein? Schon wieder Wasser. Alter, ne, ich speichere erstmal. Das war mir grad zu aufregend. Ich mach mal... Oh Gott, Moment, Moment, Moment. Wie lange haben wir denn noch? Ach komm, zwei Minuten. Ich trinke erstmal kurz einen Schluck. Äh. Oh wow. Das ist mir alles schon aufregend, Leute. Ich glaub, das mach ich erst im nächsten Part weiter. Ich komm hier sonst irgendwie, äh... Nee. Jetzt krieg ich noch einen Herzgefakt, wenn ich hier lang laufe. Boah! Wow! Was zur Hölle? Stirb, Alter. Stirb, Alter. Jetzt boxt der auch noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das könnt ihr mir doch nicht antun. Oh Gott, oh Gott. Nee, 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 nee. Ich weichere. So. Dann beende ich die Party jetzt hier ein bisschen frühzeitiger. Als ich eigentlich geplant hatte. Aber, äh, ganz ehrlich, auf zwei Minuten kacke ich jetzt auch mal. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Auch wenn ich ein bisschen verpeilt war. Ein bisschen, äh, wenig geredet habe. Und, äh, mir mehr in die Hose geschießt habe als alles andere. Egal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Äh, cry of here mit mir, Lu Netschki. Auf dann auch bald, auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Blablablablablabla.